Aufgepasst, kommende Nacht wird es ziemlich brenzlig werden. Es drohen zum Teil kräftige Gewitter. Vor allem in der zweiten Nachthälfte ist Starkregen mit dabei. Wir sehen hier diese Gewitterlinie einmal quer über Deutschland liegen. Hallo und herzlich willkommen zum Wetter am Donnerstag hier bei wetter.net. Und es gelten bereits schon Vorwarnungen für die Westhälfte vor Unwettern. Das schauen wir uns alles hier in diesem Wettervideo an. Zunächst mal der Blick auf die Großwetterlagenkarte. Hochfrido sorgt heute im Osten und Norden für viel Sonnenschein, aber auch für eine hohe UV-Belastung. Das gucken wir uns gleich mal an. Es gibt UV-Warnungen heute Nachmittag. Aber hier kommt dann das Ungemach herangezogen zum Abend hin und das bringt zum Teil heftige Schauer und Gewitter. Das sehen wir auch hier auf dem aktuellen Wolken- und Niederschlagsfilm. Da kommen die Regenfälle mit den Gewittern herangezogen und die legen sich vor allen Dingen in der zweiten Nachthälfte einmal quer über den Westen. Und das heißt Achtung Starkregengefahr, Überflutungsgefahr, Keller können volllaufen. Da muss man wirklich sehr vorsichtig sein. Die Wetterkarte von heute Nachmittag zeigt viel Sonnenschein über dem Norden und Osten. Temperaturen auch dort bis zu 31 Grad. Auch hier ist mal ein Hitzetag möglich. Ansonsten in der Landesmitte 29 bis 34 Grad entlang des Rheins. Es wird also richtig heiß werden, auch im Süden des Landes. Und zum Abend ziehen dann hier aus Westen Richtung Saarland, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg die ersten Gewitter heran. Und die breiten sich in der kommenden Nacht aus. Von Nordrhein-Westfalen liegen sie bis runter nach Baden-Württemberg. Und da kann es zum Teil heftigen Starkregen geben, Hagel und auch Sturmböen. Wir gucken uns gleich mal die Sturmwarnkarte für die kommende Nacht an. Wie geht es danach weiter? Auch am Freitag viele Gewitter, Unwetterpotenzial im gesamten Westen und Süden des Landes. Im Osten und Norden dagegen viel Sonnenschein. Hier Temperaturen bis über 30 Grad. Schwülwarm im Westen bei Werten um die 22 bis 28 Grad. Zum Samstag überall freundlich, mal Sonne, mal Wolken. Nur am Norden ein paar dichtere Wolkenfelder, 23 bis 31 Grad. Und der Sonntag dann auch sehr freundlich, viel Sonnenschein. Die Temperaturen erreichen im Westen 30 bis 33 Grad, sonst 24 bis 29 Grad. Kurz der Blick auf die Zwischenbilanz. Im Juni bisher bis einschließlich 22. Juni. Wir haben eine mittlere Temperatur von 17,5 Grad. Es ist zu warm 2,5 Grad über dem Klimamittel. Und beim Niederschlag, da gab es bisher 33 Liter Regen pro Quadratmeter. Und das Regensoll ist zu 38 Prozent erfüllt. Beim Sonnenschein, da gab es schon 206 Sonnenstunden. Und damit ist das Soll zu 102 Prozent erfüllt. Und jetzt der Blick auf diesen heutigen Donnerstagabend. Es geht los zunächst hier in Baden-Württemberg, später auch hier im Saarland und in Rheinland-Pfalz. Da breiten sich die Gewitter langsam aus. Die Atmosphäre ist instabil, Geschichte. Da kann es ordentlich knallen in der kommenden Nacht. Das sehen wir hier in diesen Bereichen mit diesen negativen Zahlen. Da ist es einfach instabil. Und da geht es dann richtig rund. Wir sehen am Freitagmorgen einmal diese Gewitterlinie um 5 Uhr in der Früh. Von Nordrhein-Westfalen über Hessen, teilweise Rheinland-Pfalz, bis nach Baden-Württemberg und bis nach Bayern rüber liegen. Und innerhalb dieser Gewitterfront kann es heftigen Stark- und Dauerregen geben. Das Ganze zieht zum Freitagmittag langsam ein bisschen weiter in den Nordwesten rein und insgesamt auch weiter nach Osten. Aber der äußerste Osten und der Norden, die bleiben mit Sonnenschein verwöhnt und Temperaturen von 30 Grad und darüber. Und so bleibt es auch am Freitagnachmittag. Es brodelt weiter, zum Teil in diesen Bereichen hier heftige Schauer und Gewitter möglich. Wie immer gilt, es wird nicht jeden treffen. Aber dort, wo die Gewitter abladen, da kann es auch Unwetter geben. Durch starken Regen, durch Hagel, durch Sturmböen. Im Osten und Norden dagegen meist freundlich. Später aber auch hier im Norden mal das ein oder andere Gewitter nicht ganz ausgeschlossen. Was kommt vom Himmel runter? Das ist mal erst nur eine grobe Abschätzung bis Freitagabend. Besonders hier von der Nordsee über Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, teilweise bis nach Bayern und Baden-Württemberg. Da können 15 bis 30, teilweise bis zu 50 Liter Regen pro Quadratmeter runterkommen. Und das binnen kurzer Zeit. Und das sind die aktuell berechneten Spitzenböen bis zum Freitagabend. Was passiert da? Vor allen Dingen in der kommenden Nacht viel Wind hier im Südwesten Richtung südliches Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg. Da kann es auch mal Sturmböen geben, schwere Sturmböen oder auch orkanartige Böen, wenn eben die Schauer und Gewitter vorüberziehen. Aber auch ansonsten im Westen immer wieder Gefahr von einzelnen Sturmböen. Es wird also eine sehr ungemütliche Nacht werden und ein sehr ungemütlicher Freitagmorgen. Die aktuelle Warnkarte vom Deutschen Wetterdienst zeigt uns viel lila nach Norden hin. Das sind aber alles UV-Warnungen. Da haben wir heute eine sehr hohe Sonneneinstrahlung, einen hohen UV-Index. Das heißt eine hohe Sonnenbrandgefahr. Bitte heute Nachmittag gut eincremen, wenn man längere Zeit draußen unterwegs ist. Und hier sind bereits die ersten Vorwarnungen zur Unwetterwarnung hier vom Westen von Nordrhein-Westfalen über den Westen von Rheinland-Pfalz, das Saarland komplett und der Südwesten von Baden-Württemberg. Dort gelten die Vorwarnungen, aber wahrscheinlich werden die noch ausgedehnt werden. Und im Laufe der Nacht wird es dann daraus auch die aktiven Unwetterwarnungen geben. Das wird also eine sehr, sehr spannende Entwicklung. Was passiert danach? Wir schauen auf die Ensemble-Vorsage bis zum 9. Juli, auf die Luftmassentemperatur in 1500 Metern Höhe. Meist um 15 Grad in dieser Höhe und damit deutlich über dem Klimamittel drüber. Zeitweise ein bisschen kühler zum Wochenstart, aber dann wird es schon wieder wärmer in der Höhe. Also diese warmen Luftmassen bleiben uns erhalten in der Höhe. Und auch unten am Erdboden immer wieder sommerlich warm, 25 bis 30 Grad in der Nordhälfte. Ab und zu mal Niederschlagssignale, meist Schauer und Gewitter. Wir schauen nach Ostdeutschland, hier mal auf die Regenmengen. Da könnte einiges runterkommen. Das wäre gegen die Trockenheit ein gutes Mittel im Mittel, 60 Liter. Aber wir sehen auch, naja, es gibt Ausreißer nach oben, noch mehr bis zu 140 fast, aber auch ganz viele hier weiter unten. Einige nur 10 Liter Regen pro Quadratmeter. Es ist also weiterhin eine große Unsicherheit mit dabei. Wir schauen nach Süddeutschland, hier auf die Luftmassentemperaturen in 1500 Metern Höhe. Es bleibt hier dabei, meist über dem Klimamittel drüber. Wie gesagt, das Klimamittel ist hier die braune Linie und das rote ist das Mittel aus allen aktuellen Berechnungen. Teilweise über 15 Grad in 1500 Metern Höhe. Dann geht es mal kurz nächste Woche ein bisschen runter Richtung Klimamittel. Und dann kommt schon der nächste Wärmberg herangezogen. Und immer wieder sind Niederschläge mit dabei, meist eben Schauer und Gewitter. Wir blicken nach Westdeutschland, hier auf die 2 Meter Temperatur. Die sackt erstmal ein bisschen ab in den nächsten Tagen, meist um die 22 bis 25 Grad. Könnte aber nächste Woche zum Start in den Juli hinein wieder deutlich anziehen. Im Mittelrichtung 28 Grad. Einzelne Ausreißer bis auf 25 Grad drauf. Aber wir sehen auch hier, die Unsicherheiten sind sehr groß. Ausreißer nach oben, Ausreißer nach unten. Und ab und zu gibt es Niederschläge in Form von Schauern und Gewittern. Und natürlich noch der Blick auf die Landesmitte. Was kommt darunter an Regen? Wir sehen im Mittel bis zu 60 Liter Regen pro Quadratmeter bis zum 9. Juli. Der Hauptlauf weiter unten, gerade mal so 28, 29 Liter Regen pro Quadratmeter. Und dann hier eine ganz große Streuung, 130 eine Berechnung, aber auch eine andere knapp über 10 Liter Regen pro Quadratmeter. Also ob da wirklich so viel Regen am Ende runterkommt in Deutschland, ich wage es mal zu bezweifeln. Es sind hier und da in der kommenden Nacht heftige Schauer dabei mit Starkregen. Aber die bringen eben nur punktuell etwas und das sind eben meist Überflutungen. Deswegen gut aufpassen. Das war es vom Wetter. Tschüss, bis bald.